Auch wenn ich mit dir schon viel mehr zufrieden bin als mit AJ. Also AJ war da eigentlich nie auf den vorderen Plätzen zu finden. Also da bin ich echt schon gut zufrieden. Und er hat jetzt auch noch... Ja, okay, gut, er ist schon ein bisschen abgeschlagen, eine Sekunde. Aber er hat noch Chancen auf jeden Fall, da irgendwie ranzukommen. So, oh Gott. So. Papa, Papa, Papa. So, jetzt gibt es hier gleich wieder die krasse Kurve hier. Und die ist fast zu weit von mir. So, oh, wow. Ja, und jetzt ist Jean Valais auf jeden Fall wieder dran. Ich sag jetzt einfach mal Jean Valais, nicht Jean Valais. Oh! Das geht nicht gut. Und ich hoffe, ich hab noch eine Rückblende. Ich hoffe, bitte, bitte, ja, ich glaub schon, ich hab noch... Jawohl. So, hier. Habe ich grad mal einen Moment lang nicht aufgepasst. Und dann schon wäre es passiert. So, hier nochmal schön reingebremst. Oh, Alter, in der N-Kurve war ich zu schnell, dann kriege ich hier die automatisch nicht ganz gut. Ja, das weiß ich selber, dass ich die Gegner dazu hinter mir halten muss. Komm schon. Ich hoffe nur noch auf meinen Teamkollegen jetzt. Dass der vielleicht... Ja, noch dritter wird, ne? So, hier schön. So. Wollen wir jetzt mal schauen, dass wir jetzt einen runden Fahrstil hier reinkriegen. So. Kann sich der nicht wegdrehen, der Alex Päre. Jetzt habe ich's auf jeden Fall gleich geschafft. Jetzt nur noch hier einmal die kürzere Gegengrade, sag ich jetzt mal. Dann einmal nochmal Arm bremsen. So. Einmal nochmal hier diese schnelle Linkskurve hier. Und dann nochmal hier dieses Zickzack hier. das natürlich auch immer noch Gefahrenpotenzial hat. So, ich schaue jetzt erst gar nicht mal auf die Seiten, denn ich schaue, dass ich das hier jetzt hier heil nach Hause bringe. Jean Valais ist dritter. Jawohl, das muss er jetzt nur noch halten. Jawohl, sehr gut. Hat es Jean Valais jetzt auch geschafft? Das ist die Frage. Jawohl, Applaus bitte. Dankeschön. Sehr gut. Das war mir jetzt wichtig, dass er hier auf jeden Fall nochmal dritter wird, weil er dann auch nochmal gut das Sponsorgeld reinholt. Ja, also tut mir leid, wenn da rechts oben immer so Mails kommen. Ich bin aus, dass es in irgendeinem Chat vorhin beigetreten. Ja, war nicht ganz so geil. Hans Fischer kriegt aber trotzdem noch zwei Punkte. Aber trotzdem souverän vorne mit 16 Punkten Vorsprung. Genau das hier ist mir dann jetzt auch wichtig. Ähm, ich glaube, er holt nicht, genau, er holt nicht alle, weil er nicht Zweiter geworden ist, aber fast alle. So. Alles klar. Ja, ich weiß, den Geld ist auch wieder zu schlagen. Jean Valais ist auf jeden Fall Dritter. So, das ist der gleiche Kurs, nur rückwärts. Oh Gott, das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Ich sagte es ja bereits. So, nein, ich wollte jetzt eigentlich Neustart. Ich wollte jetzt gar keine Wiederholung. Boah, ey. Das wird ja hier was. So. So, jetzt. Ja, danke. Jetzt habe ich wieder die scheiß gesprungene Scheibe. Jetzt gibt es doch Gas, Leute. Ja, und jetzt geben sie Gas, weißt du? Da fahre ich hier weg und dann geben sie Gas. Das, ihr seid doch komplett Kacke. Mein Gott. Oder mit ihr es, der komplett Kacke ist. So. So, okay. Also, die Scheibe ist wenigstens schon mal... Alter Schwede! Wieso kriege ich jetzt diese scheiß Kurve da nicht hin? Mann! So. Alles klar. So. So, jetzt nochmal hier bremsen. Schauen, dass wir hier... ...nicht zu schnell hier werden. Ich hatte gerade gesagt, schauen, dass wir hier nicht zu schnell... Alter! Na, danke! Okay. Ey. So. Let's last try jetzt. Alter, alter Schwede. So. Hier rein. Und jetzt hier zu weit raus. Mein Gott, gib doch Gas! Super. Jetzt ist meine Scheibe wieder so im Arsch. So, jetzt geh sterben. Mein Gott, alles zurecht. Genau. Und jetzt dreht's mich auch noch. Ihr weißt jetzt... Alter, ich hab so Probleme hier... Boah. Den einen hab ich krass weggeräumt. Alter. So. Jetzt bitte. Puh, der Start war schon mal kacke. Hey, alter. Ich muss auch bei dem Auto wirklich nur ein bisschen was berühren. Ja, komm. Jetzt fahr ich weiter. Scheiß auf den Schaden, ey. Den 8 da. So. Und jetzt hat's hier mich mal beinahe gezogen. Schau, schau mal, der ist... Hey, alter, was ist... Wieso komm ich hier quer? Wieso? Mein Gott. Ich will doch hier gar nicht quer kommen. So. Noch ist jetzt alles dicht beisammen. Auf Position 3. So. Jetzt geht's mal beis... Danke. Wollte jetzt gerade sagen, geht's mal beiseite hier. Wir fahren. Du bist jetzt auf Platz 4. So. Na, alter. Ich sag hier zu meinem Fahrstil lieber nix mehr dazu. So. Aber hier kann Jean ein bisschen schneller durchfahren, Jean. So. Jetzt sind wir dritter. Oh, da hat sich einer weggedreht. Und schon sind wir erster. Und Jean Valet ist am zweiten auf jeden Fall auch dran. So. Alter. Bremsen. Hier dran denken. Die Kurve hat hier... Wand. So. Und seht ihr, wie das jetzt auf einmal hier läuft? Hier wie am Schnürchen hier. Du führst das Feld an. Ja, natürlich führ ich das Feld an. So. Jetzt gibt's hier nur ein kleines Problem. Aber das Problem ist größer, als es aussieht. Okay, Geisterfahrer. Dein Wagen ist etwas verbeult. Ist aber noch mal zu schlimm. Ja. Ja, meine ich doch auch. Oh. Aber trotzdem sollte dann dann nicht die Kurve schneiden. Wenn da im Inneren eine Wand ist. So. Und jetzt hier habe ich gelernt, natürlich auch ein bisschen bremsen. Oh. Auf dem Körb beschleunigen. Ist nie gut. So. Abonnieren. Das geht auf jeden Fall gut. Hier ohne auf die Bremse zu treten. So. Oh Gott. Ich weiß schon, warum ich diese verkackten Stadtkurse hasse. So. Es wäre jetzt aber geil. Oh. Wenn Jean Valet auf jeden Fall jetzt noch den... ...zweiten kriegen würde. Wow, Alter. Das wäre jetzt richtig epic. Der war nicht ganz so gut hier. Das wäre jetzt echt richtig geil. Auf jeden Fall ist er dran. Also 3, 10 für nur. So. Hier. Ich falle jetzt hier das nur noch auf Sicherheit. Und trotzdem verbremse ich mich hier komplett. Das meinte ich hier. Das ist noch ein Problem. So. Aber ich habe jetzt zum Glück genug Vorsprung. Oh. Ah. Geht. So. Und ich habe hier, glaube ich, schon wieder Musik im Hintergrund gehört. Irgendwie ist alles kaputt an meinem Auto. Also alles irgendwie ein bisschen kaputt. Aber es fährt sich trotzdem immer noch ganz gut. Aber da kann ich mich nicht beschweren. Es hoppelt zwar rum. Aber das liegt nicht am Auto. Das liegt hier an diesen fetten Curbs. So. So. Jetzt auch hier die Linkskurve. Und dann habe ich es, glaube ich, schon geschafft. Genau. Hier doppel links. Dann geht es hier auf die Zielgerade. Und noch dieses Pam. Pam. Und ja. Jetzt habe ich es schon geschafft. Du bist jetzt schon fast so gut wie ich. Du hast dir das Rennen und die Meisterschaft geholt. Jawohl. So gehört sich das auch beim Mr. Easy Razer. Ah. Er ist leider nur Dritter geworden. Jean Valet. Und das war ganz knapp. Aber egal. Dritter passt auch. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall... Überlegen. 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 Ähm. Noch zwei Events haben wir, glaube ich, bis wir das hier geschafft haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt den nächsten Rang auf jeden Fall. Das weiß ich. Oh. 32 Punkte zu 32. Auf jeden Fall haben wir ganz eindeutig hier gewonnen. So. Ja. Natürlich bin ich nicht komplett schadenfrei gewesen. Aber dafür holt er das alles wieder rein. Sehr schön. Und wir sind auf jeden Fall... Pam. Gut gemacht, Geisterfahrer. Du hast dir das ARL-Profi-Abzeichen geholt. Du hast jetzt das Recht, an vielen weiteren Wettkämpfen innerhalb der Vereinigten Staaten teilzunehmen. Ja. Finde ich schon mal gut. 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 Gut.